Eilmeldung. Sarah Wagenknecht wurde bei einem Wahlkampfauftritt in Thüringen mit roter Farbe attackiert. Keine Verletzungen, aber der Schock sitzt tief. Wagenknecht hat sich bereits geäußert und sagt, sie lasse sich nicht einschüchtern. Und obwohl ich Wagenknecht politisch nicht unterstütze, ist klar, solche Angriffe sind das allerletzte. Was genau ist passiert? Ein 50-jähriger Mann hat während ihrer Rede rote Farbe auf sie gespritzt, aus Protest gegen ihre Ukraine-Politik. Der Täter wurde sofort festgenommen und jetzt wird ermittelt, was ihn zu dieser Tat bewegt hat. Was hier deutlich wird, ist, wie tief unsere Gesellschaft gespalten ist. Wenn Menschen zu Gewalt greifen, weil sie mit den politischen Ansichten anderer nicht einverstanden sind, dann läuft wirklich etwas schief. Das ist kein Zeichen von Stärke oder Überzeugung, sondern von Intoleranz und einer gefährlichen Radikalisierung. Aber lasst uns nicht vergessen, wer diese Spaltung in unserer Gesellschaft mitverantwortet. Die Altparteien, die mit ihrer Politik der Ausgrenzung und Ideologisierung immer mehr Menschen gegeneinander aufbringen. Die Kriminalisierung und Stigmatisierung von politischen Gegnern führt am Ende genau zu solchen Vorfällen. Es ist höchste Zeit, dass wir uns fragen, wohin uns diese Entwicklung führt. Bei der kommenden Wahl in den neuen Bundesländern habt ihr die Chance, ein Zeichen zu setzen. Überlegt euch gut, ob ihr weiter die Altparteien unterstützt, die unser Land in diese Lage gebracht haben. Es ist Zeit für echte Veränderung. Für eine Politik, die wieder für die Menschen da ist und nicht gegen sie. Teil dieses Video, wenn ihr auch findet, dass Gewalt in der Politik nichts zu suchen hat und wir gemeinsam gegen die Spaltung in unserer Gesellschaft vorgehen müssen.